Mein Name ist Dionis Dornin, ich bin 41 Jahre alt und bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin nunmehr seit knapp über 20 Jahren hier im Unternehmen Ottobock tätig. Ich bin im Bereich der Produktion als Abteilungsleiter tätig und verantworte hier den Bereich der Abteilung Sock Technologies. Ja, wir fertigen hier in unserem Bereich für Unterschenkel- und Oberschenkelamputierte Liner, Kniekappen, Stumpfstrümpfe. Und so ein Liner ist so das typische Verbindungsglied zwischen dem eigentlichen Stumpf und der Prothese. Und hinterher hängt es, spartanisch gesagt, an diesem Liner hinterher der komplette Prothesenaufbau. An meiner Arbeit am meisten Spaß macht mir natürlich die Mitarbeit mit den Kollegen. Das Feedback von den Kollegen, was man teilweise bekommt, aber auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist mir ganz wichtig. Ja, ich glaube schon für meine Kollegen, dass ich immer ein offenes Ohr habe und schon sie mich als kollegial bezeichnen würden, denke ich schon. Ja, ich habe über die letzten Jahre natürlich viele schöne Momente hier bei Ottobock gehabt, gerade in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern. Was mich immer so jeden Tag auch motiviert, sind natürlich die Produkte. Als ich einmal aktiv bei einer Patientenversorgung dabei sein durfte mit einem neuen Produkt, was wir hier entwickelt haben in dem Bereich, mit wo wir aktiv in der Entwicklung auch mitarbeiten durften. Und als wir dann gesehen haben, wie viel Bewegungsfeier dieses Produkt den Patienten, hinterher wieder den Anwender zurückgebracht hat, war das für mich wirklich total begeisternd und wirklich mir standen fast die Tränen in den Augen, als der Patient sagte, er kann jetzt wieder Fahrrad fahren, er kann Fußball spielen ohne Einschränkungen. Und das sind so Momente, wo man die vergisst man nicht, wenn man direkt Kontakt auch zu den Anwendern hat. Ja, warum habe ich bei Ottobock mich beworben? Ganz klar. Ich war zu der Zeit 21 Jahre jung, hatte meine Ausbildung hinter mir, die erste Berufserfahrung gesammelt und steckte gerade in der Zivildienstzeit und habe dann durch eine Stellenausschreibung hier bei Ottobock die Möglichkeit genutzt, mich beruflich zu verändern. Fand das total spannend, gerade weil es um einen Bereich ging, der gerade in der Zeit im Aufbau war. Habe die Chance genutzt, mich über einen zweiten Bildungsweg weiterzuentwickeln. Und so bin ich dann ja peu a peu in diese Aufgabe auch als Abteilungsrat reingewachsen, was mir sehr viel Freude macht, was ich jetzt auch schon mittlerweile über zwölf Jahre aktiv ausüben darf. Und so habe ich die Möglichkeit, wirklich Sachen mitzugestalten, die Abteilung mit nach vorne zu bringen und das Wachstum der Abteilung mitzugestalten.